Anlässlich des Hiroshima-Jahrestages hat US-Außenminister Kerry die Bedeutung des kürzlich geschlossenen Nuklearabkommens mit dem Iran betont. Es verringere die Wahrscheinlichkeit, dass noch mehr Atombomben gebaut würden, sagte Kerry bei einem Besuch in Malaysia. Hiroshima bleibe eine sehr starke Erinnerung an die Auswirkungen von Krieg. In den USA ist das Atomabkommen mit dem Iran umstritten.